Ja, wir haben Donnerstag, 5. Oktober, wunderschöner Tag. Draußen scheint die Sonne, herinnen scheint sie auch, in meiner Person. Und jetzt probiere ich einmal einen 16er Beat, schau mal, was sich daraus machen lässt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und so endet dieser Beat, gespielt und interpretiert und komponiert von mir. Ganz einfach.